Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn TräumeTV Mittwoch 17.30 Uhr Ja, ein neuer Artikel ist bei uns und den bauen wir jetzt mit euch zusammen oder für euch, wie ihr es sehen wollt. Heute geht es um 120107 Reiterstellwerk. Ja, das Reiterstellwerk steht ursprünglich in Konstanz. Früher war das mal ein anderes Modell, wo Konstanz direkt war. Jetzt hat man die Farbe etwas geändert, aber der Bausatz ist noch gleich. Und den bauen wir jetzt für euch zusammen. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Markus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.